Igor Jevtic, ein deutsch-serbischer Schauspieler, durchlief in seiner Schauspielkarriere eine tragische künstlerische Reise mit Prüfungen, Höhen und Tiefen. Igor wurde am 20. November 1971 in Belgrad geboren und hatte ein schwieriges Leben, von der Einwanderung aus Jugoslawien nach Deutschland im Alter von zwei Jahren bis hin zu den Schwierigkeiten, seine Karriere zu gestalten. Igor Jevtic zog bereits im Alter von zwei Jahren aus Jugoslawien nach Deutschland und stand fortan vor der großen Herausforderung, sich an die neue Umgebung anzupassen und eine neue Sprache zu lernen. Obwohl er in seiner Familie noch immer die serbische Sprache beibehält, ist die Mehrsprachigkeit zu einem unverzichtbaren Teil seines Lebens geworden. Um seiner Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen, entschloss sich Jevtic, von Stuttgart nach München zu ziehen, um am Schauspiel München zu studieren. Seine Zeit an dieser Akademie markierte einen wichtigen Beginn seiner künstlerischen Entwicklung, in der er sich die grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten aneignete, die für einen Schauspieler erforderlich sind. 1996 begann Igor Jevtic seine Schauspielkarriere mit Rollen in Fernsehserien wie Powder Park, Balco, Tutu Fall in Love with, Double Deployment, und With All Love. Diese ersten Schritte prägten seinen Auftritt auf der Leinwand und waren der Beginn einer Reise voller neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Doch wie viele andere Kollegen erlebte auch Igor Jevtic in seiner Karriere Höhen und Tiefen. Rollen und Projekte bringen nicht immer den Erfolg, den er erwartet hat. Dies war die Zeit, in der er sich einer instabilen Karriere und Herausforderungen in seinem Kunst- und Privatleben stellen musste. Im Jahr 2009 hatte Igor Jevtic die Gelegenheit, seine Karriere wieder zu beleben, als er eine seiner wichtigsten Hauptrollen übernahm, Kommissar Sven Hansen in der ZDF-Serie, Die Rosenheim-Cops. Mit dieser Rolle erregte er Aufmerksamkeit und markierte seine starke Rückkehr in die deutsche Filmbranche. 2007 nahm Jevtic an der Telenovela, Verliebter Samstag in Berlin, Teil, in der er die Rolle des Jan Rothenburg übernahm. Obwohl es nicht das erfolgreichste seiner Karriere war, war es ein neues Experiment und erweiterte sein künstlerisches Spektrum. Neben seiner Schauspielkarriere ist Igor Jevtic auch ein Mann mit einem komplizierten Privatleben. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht immer einfach und diese Herausforderungen werfen oft Fragen nach dem Sinn und der Richtung des Lebens auf. Die Zukunftsvision von Igor Jevtic bleibt ein Rätsel. Obwohl es schwierige Zeiten gab, hat er mit Motivation und Leidenschaft für die Kunst alle Herausforderungen gemeistert. Die Vielfalt seiner Karriere und seine Geduld sind der Schlüssel, um Tragödien zu überwinden und in der Zukunft außergewöhnliche Kunstwerke zu schaffen. Die frühen Tage von Igor Jevtic schauspielkarriere brachten große Herausforderungen mit sich. Als er mit zwei Jahren nach Deutschland zog, stand er vor der Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen und sich an eine neue Umgebung anzupassen. Obwohl er in seiner Familie serbisch beibehielt, wurde die Mehrsprachigkeit zu einem unverzichtbaren Teil seines Lebens. Auch das Privatleben von Igor Jevtic wurde kompliziert und tragisch. Eines der auffälligsten und herzzerreißendsten Ereignisse in seinem Leben war die Zeit, die er wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis in Plötzensee verbrachte. Dies prägte sein persönliches Profil deutlich und wirkte sich tiefgreifend auf Jevtic gesellschaftliches und künstlerisches Leben aus. Obwohl Igor Jevtic in seiner Karriere und seinem Privatleben mit Tragödien und Herausforderungen konfrontiert war, behielt er seinen Antrieb und seine Leidenschaft für die Kunst bei. Die Vielfalt seiner Karriere und seine Geduld sind der Schlüssel, um aus schwierigen Zeiten herauszukommen und in der Zukunft außergewöhnliche Kunstwerke zu schaffen. Die beiden hatten einen Sohn namens Sam, aber ihre Ehe zerbrach schließlich und sie ließen sich weniger als ein Jahrzehnt später im Jahr 1969 scheiden. Bokal starb 2014 im Alter von 89 Jahren. Hinter den Kulissen der Romanze von Bokal und Bogart Nachdem wir ihnen einen kurzen Überblick über das Leben, die Karriere und die Romanzen von Lauren Bokal und Humphrey Bowack gegeben haben, tauchen wir nun etwas tiefer ein, um zu sehen, wie ihre berühmte Liebesaffäre wirklich war. Nach Abschluss der Dreharbeiten zu haben oder nicht haben im Jahr 1944 mussten sich die beiden trennen. Bokal erhielt kurz darauf einen Brief von Bogart, in dem er schrieb, dass er sich anfühle, sich von ihr zu verabschieden, als ob ein Teil von ihm sterben würde. Er drückte weiter aus, dass ein kleiner Teil seines Herzens gestorben sei, als er sich von ihr entfernt habe. In den folgenden Monaten tat Bogart alles, um seine Ehe mit Mepha zu retten. Wenn Bokal später über Bogarts Entscheidung reflektierte, seine turbulente Ehe mit seiner damaligen Frau zu retten, schrieb sie, dass sie eine Entscheidung zwar respektierte, das aber nicht bedeutete, dass sie es mochte. Nur ein Jahr nachdem sie sich herzzerreißend verabschiedet hatten, wurde Bogart und Bokal auf dem Set von Toteschlafenfest wieder vereint. Und plötzlich war es, als wären sie nie getrennt gewesen. Die Flammen der Leidenschaft wurden in den Herzen der beiden Stars sofort wieder entfacht. Bogart hatte anfangs Schwierigkeiten, sich mit seiner unbestreitbaren Chemie zu Bokal abzufinden. Aber nach mehreren Monaten des inneren Kampfes verließ er schließlich Mepha. Wie bereits erwähnt, heirateten er und Bokal nur elf Tage später und gaben sich das Ja-Wort bei einer kleinen Zeremonie im Kreis ihrer engsten Freunde auf einer Farm in Ohio. Bogart gab später zu, dass er anfangs zögerte, Bokal zu heiraten. Aber anscheinend war sie hartnäckig darin, ihre Wünsche zu äußern und schließlich gab ihren Wünschen nach. 2011 sagte Bokal dem Vanity Fair, dass Bogart ihr von Anfang an gesagt habe, dass er sie liebte und alles tun würde, um ihr zu helfen, sich aber strikt weigerte, sie zu heiraten. Bogart wollte eine Frau an seiner Seite haben und das war auch das, was Bokal wollte. Sie wünschten sich auch beide Kinder, insbesondere Bokal, die zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen hatte. Deshalb war sie so beharrlich. Sie wusste, dass sie eine glückliche und liebevolle Ehefrau sein würde, wenn sie Bogart dazu überreden könnte, sie zu heiraten. Glücklicherweise zahlte sich ihre Hartnäckigkeit letztendlich aus. Auch nachdem sie zwei Kinder zusammen hatten, waren sie immer noch Hollywoodstars, bevor sie Ehepartner und Eltern waren. Und jeder in ihrem Umfeld, von Filmproduzenten bis hin zu ihren Fans, nahm an, dass früher oder später etwas schief gehen würde. Aber sie widerlegten alle und obwohl ihre Ehe Bogarts vierte war, wurde sie seine glücklichste. Bokal gab viele Möglichkeiten auf, um ihre Familie aufzuziehen, aber sie hatte nichts dagegen, Hollywood gegen diese konventionelleren und traditionelleren Werte einzutauschen. Sie sagte der Guardian im Jahr 2005, dass sie ihre Entscheidung, einen Schritt weg vom Hollywood zu machen, um sich auf Bogart und ihre Kinder zu konzentrieren, nie bereut habe, weil dies die Dinge seien, die ihrem Leben Substanz gaben. Damit schließen wir dieses Video ab, aber jetzt sind sie an der Reihe, ihre Stimme zu Gehör zu bringen. Was halten sie von der Romanze zwischen Lauren Bokal und Humphrey Bogart? Glauben sie, dass sie ein perfektes Paar waren oder glauben sie, dass Bokal einen Fehler gemacht hat, indem sie ihre Filmkarriere gegen ein häusliches Leben mit dem Star, der 25 Jahre älter war, als sie eingetauscht hat? Lassen sie jetzt unseren Kommentarbereich unten wissen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.